HalloDeutschSchule.ch Hören und Nachsprechen Lektion 45 Hör zu und sprich nach. Matthias rutscht auf dem Schnee aus. Matthias rutscht auf dem Schnee aus. Matthias ist auf dem Schnee ausgerutscht. Er hat sich sein Bein gebrochen. Thomas fällt hin. Thomas fällt hin. Thomas ist hingefallen. Er hat sich seinen Knöchel verstaucht. Er hat sich seinen Knöchel verstaucht. Ich bin müde, weil ich gestern spät ins Bett gegangen bin. Ich bin müde, weil ich gestern spät ins Bett gegangen bin. Ich bin müde, weil ich viel gearbeitet habe. Ich bin müde, weil ich viel gearbeitet habe. Ich bin glücklich, weil ich die Prüfung bestanden habe. Ich bin glücklich, weil ich die Prüfung bestanden habe. Ich bin traurig, weil ich mit meiner Freundin gestritten habe. Ich bin traurig, weil ich mit meiner Freundin gestritten habe. Der Arzt hat gesagt, dass du das Medikament nehmen sollst. Der Arzt hat gesagt, dass du das Medikament nehmen sollst. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn ist krank. Ich habe Fieber. Ich habe starken Husten. Ich habe eine Allergie gegen Meeresfrüchte. Ich habe eine Allergie gegen Katzen. Ich habe eine Allergie gegen Katzen. Ich habe eine Katzenallergie. Ich habe eine Katzenallergie. Ich habe einen Ausschlag bekommen. Ich habe einen Ausschlag bekommen. Meine Blutgruppe ist A-positiv. Meine Blutgruppe ist A-positiv. Mein Hals tut weh. Mein Hals tut weh. Ich habe Halsschmerzen. Mein Bauch tut weh. Mein Bauch tut weh. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich brauche einen Termin. Ich brauche einen Termin. Kann ich einen Termin vereinbaren? Kann ich einen Termin vereinbaren? Geht es nicht früher? Geht es nicht früher? Der Termin ist zu spät. Der Gips Der Verband, die Verbände Der Verband, die Verbände Die Pflegerin gleich die Krankenschwester Die Pflegerin gleich die Krankenschwester Die Krücke Die Krücke Die Krücken Die Krücken Die Krücken die Operation die Operation die Operationen die Tablette die Tabletten die Tablette die Tabletten das Spital das Spital die Spitäler die Spitäler die Spitäler die Spitäler die Spritze die Spritze die Spritzen die Spritzen die Spritzen der Unfall der Unfall die Unfälle die Beerdigung die Beerdigungen die Beerdigung die Beerdigungen Die Epidemie, die Epidemien Die Epidemie, die Epidemien